Hallo zusammen und Willkommen! So, was machen wir heute? Heute machen wir das, was meine Frau einen eleganten Drink meint und damit meint sie meistens Drinks, die gerührt werden. Genau, und zwar machen wir einen Palmetto. Dazu brauchen wir einen Rum. Ich habe hier mal den siebenjährigen Habaner Club. Dann brauchen wir einen Martini Rosso und wir brauchen Orange Bitter. Und zwar, das ist die gleiche Firma, wie wir den Agostura sonst benutzen, aber das ist ein Orange Bitter, es nennt er sich. Gibt es auch in besseren Supermärkten überall. Dann starten wir mal. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Eis, wie jedes Mal. So, wunderbar. Dann brauchen wir natürlich unseren Messbecher. Und da rein füllen wir jetzt von dem Rum 30 ml ungefähr. So, 30 ml Rum. Dann brauchen wir 30 ml von dem Martini Rosso. Und wir brauchen ein paar Spritzer, so 3, 2, 3 von dem Orange Bitter. So, das Ganze wird schön gerührt jetzt. Bis es kalt ist. So, schön kalt. Dann nehmen wir hier unsere Cocktailschale oder was auch immer für 5 Glas haben. Ein Barsieb. Und seien das in unsere Schale. So, wunderbar. Damit ist er fertig, der Palmetto. Ein eleganter Drink. Sieht auch sehr elegant aus. Und schmeckt auch köstlich. Ich wünsche viel Spaß damit. Und viel Spaß beim Nachmixen. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.